Hallo und willkommen zur nächsten Szenevorstellung auf diesem Kanal. Die Fanszene aus Frankfurt gilt als eine der aktivsten und stimmgewaltigsten in Deutschland. Die Ultras von Eintracht Frankfurt stehen mittig der Nordwestkurve. Die größte Gruppe der Frankfurter ist die UF 97, Ultras Frankfurt 1997. Daneben sind noch Inferno Bad Schwalbach, Drucks 1999 Frankfurt, Ragazzi Marburg, Schöpche Crew, Binding Szene. Kommando Gießen, West United und Kumpane. Kommen wir zu den Fanfreundschaften der SGE. Ende der 1970er und im Laufe der 1980er Jahre gab es freundschaftliche Kontakte zu den Fans von VfB Stuttgart, Hamburger SV, 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04, die jedoch alle sehr kurzlebig waren. Weitere Freundschaften gibt es derzeit zur BSG Chemie Leipzig seit 2004 und zum SV Waldhof Mannheim. Früher waren beide Fangruppen allerdings auch stark verfeindet und daher wird die Freundschaft zu den Mannheimern vor allem von älteren Fans beider Seiten nicht geteilt. Entstanden ist diese Freundschaft auf Basis der gemeinsamen Abneigung gegen den 1. FC Kaiserslautern und Kickers Offenbach. Im Ausland bestehen langjährige Freundschaften zum FC Wacker Innsbruck und Atal-Anter Bergamo. Traditionelle Rivalen der Adler sind die Offenbacher Kickers. Weitere regionale Rivalen sind der SV Darmstadt 98, der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC. Auf Ultra-Ebene entwickelte sich in den letzten Jahren auch eine Feindschaft zum Hertha-BSC. Zum Stadtnachbarn FSV Frankfurt hingegen besteht heute ein eher freundschaftliches, harmonisches Verhältnis. Bedingt durch die sportlichen und wirtschaftlichen Unterschiede, die keine Konkurrenzsituation innerhalb der Stadt aufkommen lassen. Begegnungen gegen den 1. FSV Mainz 05 werden von den Frankfurter Anhängern nicht als Derby angesehen, auch wenn diese in Medienberichten gelegentlich so bezeichnet werden. Noch ein paar Punkte zum Verein Die SGE hat mehr als 750 offizielle Fanclubs, die seit Ende der 1960-Jahre gegründet wurden und heute rund 50.000 Mitglieder haben. Eintracht Frankfurt hat über 115.000 Mitglieder, Stand 26. September 2022. Der Verein ist damit der fünftgrößte Sportverein in Deutschland und belegt weltweit Rang 13. Beim Gewinn der UEFA Europa League 2021-2022 blieb Eintracht Frankfurt im gesamten Wettbewerb ungeschlagen, sieben Siege, sechs unentschieden. Dies war zuvor nur dem FC Chelsea 2018-19 und dem FC Villarreal 2020-21 gelungen. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen, schreibt gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Bis dahin!